Also irgendwie ist das nicht mehr so schlimm, also die Buchstuhl ist ja auch, die Buchstuhl ist ja auch, die Buchstuhl ist ja auch. Ich wollte es nochmal, eine goldene Google. Die Buchstufel, die Buchstuhl ist ja auch nicht. Die Buchstuhl ist ja auch nicht. Der Buchstuhl ist ja auch nicht so schlimm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich bin auf die Tengelau erklärt von Ski und Su. Ski ist mit dem ganzen Fuß auftreten und Su ist entweder mit der Hacke oder mit der Ferse. Das ist etwas, was ist ein bisschen zu sehen. Vielen Dank.